heute habe ich mal wieder etwas hoffentlich ergattert aus dem mehr oder weniger industrie umfeld also gucken wir mal mystery box was wir hier drin haben theoretisch sollte es das bedienpanel einer alten alarmanlage sein jetzt habe ich natürlich nur bedingt vor das wirklich mit einer alarmanlage zu betreiben sondern vielmehr das als bedienpanel für meine eigenen projekte zu ja eigentlich nicht missbrauchen sondern eher recyceln denn realistisch gesehen ist halt die frage ob noch jemand wirklich so eine alte alarmanlage einsetzt und wenn man hier ein fertiges gehäuse mit allen drin und dran bekommt wieso nicht wir sehen schon hier ein massives gehäuse mit bisschen resten von farbe oder so was dran und wenn wir es umdrehen da sieht das hier so aus ja das hier viel steht nicht drauf vdsg 1905 15 ich glaube das ist aber die zulassungsnummer was wir hier aber haben das ist ein display eine tastatur sogar teilweise mit leds drin dann noch mal ein paar eigene leds betrieb alarmstörungen störung prozessor und ein schlüssel schalter ok gucken wir mal ob man es aufbekommen ich habe es ja rappeln gehört ich hoffe mal da ist ein schlüssel drin das wäre sonst ungünstig fürs schloss ich meine wie gesagt die elektronik werde ich eh austauschen ja vermutung was hier drin ist eine komplette platine mit prozessor und allem drehen und dran denn irgendwie muss das ding ja mit der hauptzentrale kommunizieren ach so hier unten ist ein kabelauslass wahrscheinlich wird das irgendwie verkabelt dann normalerweise mit der zentraleinheit gekoppelt wie gesagt für mich irrelevant ich brauche nur den ganzen kram und tatsächlich wir haben einen schlüssel die haben auch die korrekte information noch mal das ist das bedienteil für a6 ja ihr habt eventuell schon gesehen hier ist ein bisschen mehr dahinter das ist natürlich ja doch nicht das was ich erwartet habe vor allen dingen ist es auch an anderen bereichen nicht das was ich erwartet habe okay also das erste was ich hier schon mal sehe werden hier und hier jeweils schalter ich gehe davon aus dass das tatsächlich irgendwelche formen von sabotage kontakten sind die sabotagen melden der hier der meldet auf jeden fall wenn wir das ding hier aus dem gehäuse rausholen das heißt also wenn wir hier rausholen dann löst der hier entsprechend natürlich aus der hier da bin ich mir noch nicht so ganz sicher der sitzt hier aber in der nähe vom bohrloch ich könnte mir vorstellen dass man da irgendwie was machen kann dass man das ding nicht von der wand abnehmen kann dass das da der hintergrund ist ansonsten haben wir hier wie es aussieht die kontakte die eigentlich weg gehen die sind gelötet und gesteckt haben hier noch mal eine große verbindung und hier hier sitzt ein ganz normaler schließzylinder wie er sonst auch irgendwie in an wohnungsschlössern häufig eingesetzt wird würde ich jedenfalls schätzen so von der optik her und hier sitzen dann einfach zwei kleine mikroschalter an der seite die abtasten wenn das ding zur seite gedrückt wird okay ansonsten wenn wir reingucken sehen wir jetzt noch mal ein zweites bord es dürfte aber wahrscheinlich nur die tasten sein und ja die tasten selber ich habe sie schon häufiger gesehen ich glaube die tastatur nur zu wissen direkt was das ist mir ist es egal ist es eine taste die tastet gucken wir mal was der schlüssel sagt ob der passt intern unscharf und intern wunderschön das sieht eigentlich so aus als ob das geht okay wenn wir unscharf stellen können wir auch noch nicht mehr ausziehen nur in der mittelstellung würde ich sagen gehen wir mal ein bisschen näher rein was auf der anderen platine hier oder der anderen seite erstmal ist denn wir sehen hier schon jede menge ICs und ja was sich sonst noch hier drin verbirgt und ich bin gerade schon etwas begeistert weil schlitzschrauben wer verbaut ein schlitzschraub hier ist im übrigen ein test drauf von ja wahrscheinlich ist das 42 woche 94 also ende 1994 hat schon ein paar jährchen auf dem buckel dann wahrscheinlich das ding hier sitzt noch eine platine sehe ich gerade aber das ist einfach nur das display okay alles gut ich wollte schon sagen langsam wird es unübersichtlich aber gucken welche wir hier raus machen müssen dass wir zur anderen seite durchkommen dann auch mal gespannt wie das miteinander verbunden ist ob wir da wirklich ein stecker haben ok ich sehe eine steckverbindung schon mal ich bin mir noch nicht ganz sicher wieso die noch nicht raus geht eigentlich müsste hier der bereich keinen kontakt direkt zum schloss nach ok machen wir die schraube hier noch raus ich wollte gerade schon sagen die dürfte eigentlich keinen direkten kontakt zum schloss haben das sind ja nur die mikroschalter an der seite das ist komplett separat aber über schloss hat sich noch eine schraube versteckt das sieht doch besser aus da sind wir dann im inneren ja fangen wir mal hier mit an was wir denn hier haben der obligatorische standard display das dürfte 16 mal zwei zeichen display sein hd irgendwas control hatte ich ja auch schon mal gezeigt das ist so ein standard der wird quasi überall eingesetzt und ja auch von den pin anzahl das kommt genau hin interessanterweise hier ist noch ein kleiner kondensator drüber da ist das pin 1 das heißt man hat ich bin mir nicht sicher ob das original darauf ist ich glaube nicht ich schätze man hat am ende gemerkt dass das display eventuell bisschen empfindlich reagiert wenn da der strom schwankt kann natürlich sein hier solche panel die sind ja meistens fern versorgt von der zentralen anlage von der eigentlichen alarm zentrale da hat man das problem meistens langes kabel dazwischen und wenn man über ein langes kabel irgendwie mal strom mehr oder weniger benutzt dann hat man das problem dass da die induktivität ein bisschen mit rein spielt das heißt also prinzipiell ist der strom da die leistung wäre da aber es dauert etwas bis das die an der entgegengesetzten stelle ankommt das quasi sich dass der strom nach fließt das kann dazu führen dass die spannung wenn man einen großen verbraucher einschaltet schon mal absinkt zumindest mal für einen kurzen moment und das nennt sich dann braun out das heißt die spannung sinkt zu tief die prozessoren die hier drauf sind oder dinge die hier drauf sind die können nicht mehr sauber arbeiten kommen vielleicht in undefinierten zustand und dann hat man ganz schnell chaos ja genau das sind die hd 44 100 hd 44 7 8 0 das sind die standard controller das ist also ein ganz normales display wie man es häufig überall auch findet oder zumindest mal gefunden hat das was wir hier haben ist etwas was ich so nicht erwartet hätte ich hätte jetzt eigentlich ein prozessor erwartet aber jede menge ic's okay ich mache mal ein paar bilder und dann gucken wir mal was war denn hier finden außer unscharf foto und dann gucken wir weiter so dann schauen wir mal was wir finden ich habe wie immer die ganzen sachen in gimp reingeschmissen rückseite ist gespiegelt dass das ganze passt hier man dann noch mal das tastenmodul vieles nicht zu sehen auf der rückseite was man so ein bisschen erkennen kann ist dass die linien so mehr oder weniger wo es immer geht so von links nach rechts laufen das könnte heißen dass man hier nicht unbedingt einen autorouter aber zumindest mal computer unterstützung fürs routing benutzt hat es wurde früher häufig dann so gemacht dass man eine seite gemacht hat links rechts und eine oben unten wir können es ja hier schon durchschimmern sehen ja hier auf der anderen seite scheint es von oben nach unten zu gehen auf der anderen seite haben wir die tasten wie schon gesagt oben unten primär ja wie schon gesagt vier stück haben auch noch leds mit drin und bei denen können noch was interessantes sehen hier steht nämlich ein firmennamen nämlich siemens ja das sind anscheinend tatsächlich siemens schalter das ist auch so das was ich gehört habe als ich das ding mal ein paar leuten gezeigt habe ja das könnte siemens sein oder auch könnte für eine siemens alarmanlage gewesen sein ich denke die richtung ist auf jeden fall nicht verkehrt wenn es hier schon drauf steht wie gesagt ich muss es mir mal durchspiezen für den fall dass ich da noch eigene dinge mitmachen möchte aber prinzipiell wir haben hier eine matrix schaltung sehr wahrscheinlich über die dioden so dass wir dann mit weniger pins mehr tasten ab frühstücken können plus vier leds mit vier vorwiderständen wenn wir rüber gehen dann zur hauptplatine da haben wir dann ein ähnliches bild erst mal auch hier wenn wir so drauf gucken die meisten traces gehen von links nach rechts also ähnlicher aufbau hier im übrigen wieder wie gesagt die rückseite gespiegelt dass das schön passt ein paar sachen die auf der rückseite noch auffällig sind den tasten hatte ich ja schon erwähnt oder die beiden tasten wir haben hier einen und hier einen widerstand die hier aufgelötet sind die sind aber nicht direkt auf dem board sondern die sind auf so kleinen gabeln drauf könnte mir vorstellen dass das damit zu tun hat dass man über die widerstände der leitungslänge eventuell ausgleichen kann so eine art termination resistor oder hier das hier ist ja ein sabotage kontakt wo der auf jeden fall dazugehört dass das entsprechend ein abschlusswiderstand ist für diese strecke die beiden kondensatoren die wir haben die sind von der firma nkl hat mir nichts gesagt also mal geguckt und die gibt es tatsächlich noch deutscher hersteller heute eher für ringkerndrosseln aber naja von drosseln bis hin zu kondensatoren ist jetzt nicht ganz so weit vielleicht dass sie das irgendwie als reseller oder so gemacht haben sind gegründet wurden so ende 70er anfang 80er in geilingen bei stuttgart und wie wir sehen können heute auch noch aktiv und auch das ist so ein hinweis dass da irgendwie vielleicht ein siemens produkt vor der nase haben siemens ist bekannt dafür zumindest damals dass sie sehr viel deutsche hersteller benutzt haben als zulieferer und auch dass das für alles einen eigenen standard erfunden haben und ich glaube das werden wir dann gleich an einigen stellen auch noch sehen ansonsten was uns auf der rückseite auch noch auffallen kann wenn wir ganz genau hingucken wir sehen relativ wenig weiß es gibt keinen bestückungsaufdruck auf der rückseite bestückungsdruck nur vorne hinten aber nur entweder als dicker oder dass es ins kupfer entsprechend reingeätzt ist so wechseln wir mal auf die andere seite da sieht das hier so aus drehen wir das mal gerade dann haben auch die beschriftungen richtig ja hier wie eben schon gesagt wir haben sehr viele deutsche bezeichnungen was auch wieder für siemens spricht für scharf usch für unscharf hier oben sabo sabotage und was auch immer eres ist was ist überhaupt auf der rückseite ach das ist der schalter für das gehäuse sabotage gedönse ansonsten wie gesagt die zufuhr erfolgt über die beiden steckklemmen hier auf der rückseite was wir gut erkennen können die untere achtet mal hier drauf hier haben ein sehr dickes trace bei dem jetzt achtet mal auf den zweiten pin ich wechsle noch mal die lage auch beim zweiten pin haben wir hier ein sehr dickes trace was abgeht und die unteren beiden pins das sind die dünnen leitungen die sich hier ganz an der seite vorbei schlängeln bis hin zu hier oben unser sabotage kontakt das heißt also die erste klemme hier wird wahrscheinlich stromversorgung sein weil stromversorgung immer dicke leiterbahnen nutzt und der sabotage kontakt mehr ist da nicht drauf was mir dann sagt der obere ist wahrscheinlich dann die datenkommunikation in anführungszeichen daten dann haben wir so ein paar standard sachen hier auf dem board wir haben hier unsere leds grün rot gelb gelb wir haben ein potentiometer das wird sein um entsprechend für dieses display den kontrast einstellen zu können das ist auch eine beschaltung die man sehr häufig sieht und wir haben hier einen buzzer also ein pieper mit einem transistor davor entsprechend um krach machen zu können und dann haben wir diese riesen aktion hier oben mit diesen ganzen ICs die ICs sind aber teilweise gleich und zwar wenn wir durchgehen wir haben hier einen MC 145027 und den sie findet man ein bisschen häufiger nämlich das ist ein 27er das ist ein 27er das ist ein 27er und das ist ein 27er relativ dicht dran sind dann hier hinten noch zwei das ist nämlich auch ein MC 1450 allerdings 26 am ende 026 ist der und der und her von der nummer 27 26 eine zahl nur geändert kann man schon erkennen die gehören irgendwie zusammen zwei andere haben wir noch wir haben hier einen 74 hc 132 und einen 74 hc 14 aber fangen wir mal mit diesen motorola stücken an weil wir sind eine größere anzahl und wenn wir gucken motorola oder freescale oder nxp oder wer auch immer gerade die firma gekauft hat die haben hier ein datenblatt was für 26 27 28 ist die gehören also tatsächlich zusammen und sind encoder und decoder pairs das heißt also wir können informationen encodieren und decodieren und ja gucken wir mal hier auf den 26er der hat vereinfacht gesagt fünf adressleitungen hat vier datenleitungen hier unten und ein data out data out was könnte dann wohl der nächste chip haben ja hier haben wir dann den 27er und überraschung der hat fünf adressleitungen der hat wo ist es wo ist es wo ist es hier eine data in und hat vier ausgänge ja das was die beiden hier machen das ist im prinzip vereinfacht gesagt ein etwas übertriebener shift register das heißt also wir geben vier datenkanäle rein die können hier bei dem low sein die können high sein der hier kann aber auch wohl floating erkennen zusätzlich geben mit dem hier eine adresse vor über diese pins hier und wenn wir dann ein signal drauf geben das ist dieser tee hier dann geht's los und er schnappt sich die vier daten hier und überträgt die zusammen mit der adresse auf den die out macht also quasi dasselbe wie ein shift register der von parallel auf seriel geht das andere das ist natürlich die gegenstelle dem geben wir auch eine adresse vor er empfängt die daten die über den d in kommen also das was hier d out ist kommt hier in d in wieder rein und was der macht ist erst mal zu gucken stimmt die adresse die gesendet wird die also hier vorgegeben wird mit meiner adresse überein wenn ja dann guckt er sich auch den rest an die restlichen vier pins und die gehen entsprechend dann hier auf die ausgänge es gibt noch ein bisschen kontroll logik und zwar unter einem punkt nämlich dann wenn wir die richtige adresse empfangen haben und unsere daten vollständig sind dann setzt er hier auch noch was so dass wir wissen okay hier sind gültige neue daten angekommen das ganze ist noch ein bisschen komplexer wenn man sich das ganze durch liest dann sendet er zum beispiel hier diese daten am ende irgendwie zweimal um sicher zu gehen dass da auch kein transportfehler auftritt also quasi so eine art redundante übermittlung es wird natürlich auf der anderen seite auch geprüft aber genau das ist das am ende die anderen beiden werden ja den 132 das ist ein quad zwei input schmidt nand geht also nichts anderes als nand heißt also wir haben vier logik gatter hier drin und ja nand ich schätze ihr kennt ja mal die truth table das heißt nur wenn beide eingänge die reingehen zu einem von diesen gatter high sind kommt ein low raus ansonsten kommt immer high raus und das ist dann so ganz simpel logik wird man heute eher nicht mehr finden weil hey wir haben mikrocontroller und der zweite das ist was ähnliches ein hex schmidt inverter das heißt also hex sechs wir haben sechs logik gatter hier drin und es sind den werte das heißt wenn wir eine 1 reingeben kommt eine 0 raus wenn wir 0 reingeben kommt eine 1 raus der dreht also quasi nur die logik um so was macht das ganze jetzt gute frage so hundertprozentig sicher bin ich mir da auch noch nicht aber ich denke wir können relativ sicher sein dass wir über diese datenkanäle hier die in und die out daten bekommen haben dann hier oben die decoder die 27er das heißt also wir bekommen daten und geben die irgendwo aus und ich gehe mal davon aus dass die hauptsächlich genutzt werden um zum beispiel die daten für das display hier rein zu geben und natürlich die vier leds hier auch an zu steuern dass wir die entsprechend haben und da wir ja immer nur vier bit haben gut sagen wir mal vier bit einer geht komplett für die leds drauf lcd brauchen mindestens zwei eher sogar mehr müsst ihr jetzt noch mal gucken was da alles an datensignal minimum war haben wir dann trotzdem ein paar zu viele wobei wir haben ja noch den buzzer aber im prinzip ist mir das einer zu viel und ähnlich sieht das hier hinten bei denen aus dass hier sind ja quasi eingänge das heißt wir haben irgendeinen wert den wir übertragen wollen nach draußen oder zu unserer hauptzentrale eigentlich haben wir nicht so viele werte wir haben halt zweimal den schlüsselschalter sind zwei bit wir haben einen von den sabotage kontakten der mit angeschlossen ist in drei bit mehr sehe ich hier nicht also wieso man hier zwei chips dann benutzt hat gute frage kann ich jetzt so auf anhieb nicht sehen aber das grobe prinzip sollte klar sein wir haben im prinzip einen datenkanal der reinkommt wir haben einen datenkanal der rausgeht die reinkommenden daten steuern lcd und alles was auch angezeigt wird und die andere datenleitung die nimmt so sachen wie zum beispiel den schlüsselschalter und schickt das wieder zurück zur zentrale prinzipiell gehe ich davon aus dass man das sogar halbwegs sinnvoll einfach mit einem arduino oder so oder jeden beliebigen mikrocontroller nachahmen können wir müssen ja lediglich so ein bisschen bit banging machen um die daten entsprechend in die chips rein zu bekommen oder die rauskommen aus den chips dann zu lesen da brauchen wir dann nicht zwingend hier diese motorola teile ich könnte mir vorstellen dass die nicht mehr so ganz aktuell sind und ein bisschen was kosten lasst mal gucken ja und interessant also bei den großen distributoren sind die dinger gar nicht geführt dafür gibt es ein paar andere lokale elektro distributoren die die irgendwie für 1,50 euro haben das ist jetzt weniger als ich befürchtet habe aber gut es ist auf jeden fall ein obsoleter part auch wenn wir drauf gucken hier steht ja bestimmt 90 23 ist das 1990 wahrscheinlich also ja die haben dann auch schon so ein bisschen was auf dem buckel die anderen 92 ja gut auf jeden fall anfang 90er wo hier die bauteile gemacht wurden wir haben gesehen dass ein stick auf der anderen seite mit 94 also auf jeden fall vor 1994 hergestellt wie es aussieht aber gut ich denke das grobe prinzip ist klar gehen wir mal wieder zurück okay soweit geklärt dann können wir weiter gucken was haben wir sonst noch hier eigentlich nichts mehr das heißt wir können mal weiter zu dem key modul gehen das schloss ist hier eingebaut okay das kann man auch jederzeit wechseln wenn man ein anderes schloss haben möchte gespannt welche firma jetzt irgendwie blöd aus der wäsche guckt weil ich deren schloss habe oder deren schlüssel habe denn meistens hat man ja in der alarmzentrale das selbe schloss drin was man auch irgendwie für die eingangstüren oder so benutzt nicht viel eigentlich fast das was man auch heutzutage auf tastaturen benutzt wir haben die eigentlichen taster die sind unten drunter sind die eigentlichen taster und das hier oben sind die sogenannten key caps wo dann die nummer da drauf gedruckt ist ich versuche gerade mal runter zu bekommen so jetzt aber genau da sind wir die sind ja einfach nur geklemmt und das sind dann die eigentlichen taster die sind generell so dass man nicht für jede taste eine eigene oder für jede beschriftung einen eigenen tastertyp herstellen muss die gehen auch wie wir hier sehen durch das board so ein bisschen durch auf der rückseite haben wir so einen schwarzen pinnüppel damit sind die auch noch mal so ein bisschen seitlich arretiert und wahrscheinlich zu jedem taste haben wir eine diode was hat damit zu tun dass das ganze in der matrix angeordnet ist interessanterweise sind hier auch noch ein paar widerstände achso ja okay ein paar widerstände klar wir haben hier ja auch noch leds drauf die müssen wir natürlich auch irgendwie ansteuern können ok ok hat es sich nur verklemmt ich dachte gerade das hier wäre tatsächlich eine taste die irgendwie einrastet aber anscheinend habe ich einfach nur das problem dass jetzt die dinger so ein bisschen verklemmen ja das kann schon mal sein gerade natürlich auch wenn die dinger älter sind oder wie hier die leds dahinter sind aber in meisten fällen kriegt man die relativ flott wieder in gang für mich ist es aber nicht ganz so interessant ich müsste mir höchstens mal eine map machen wie das ganze angesteuert wird oder wie die matrix aussieht dass ich dann entsprechend hier interfacen kann also einen eigenen controller hinten dran machen kann wenn ich da eine eigene ansteuerung brauche brauchen wir irgendwas sonst noch hier nö ist hier sonst noch was zu sehen nein hier ist einfach nur plexiglas oder hier ist es plexiglas oder echtes glas ich kann es noch nicht mal sagen hier müsste plastik sein so wie es sich anfühlt das einfach hier eingeklebt so dass man nochmal nach vorne ein sichtfeld hat wo es ein bisschen geschützt ist und ja viel mehr haben wir hier drin nicht das heißt also die ganze logik die wir am ende haben die sitzt gar nicht hier sondern wirklich komplett in der zentralen einheit die dann hier über die beiden st1 st2 und eventuell hier oben den das ding versorgt ansonsten ja man sieht ja schon da ist eine menge drin was dafür gedacht ist okay das hier ist eine alarmanlage das darf nicht irgendwie sabotiert werden dass da jemand die alarmanlage lahm legt deswegen die prüfung ist das ding noch hier im gehäuse ist das ding noch richtig festgeschraubt und ja entsprechend dann mit dem schloss früher waren die wahrscheinlich ausreichend heutzutage wenn ich mit dem schlüssel so angucke ist das eventuell nicht das was man heutzutage noch haben möchte aber ja man kann ja auch im zweifelsfall einfach ein anderes schloss einbauen was einem dann besser zusagt wie gesagt hier dieses zylinder die dürfte man relativ flott auch noch an anderer stelle finden gut ich nehme das jetzt mal so zur kenntnis wird wie gesagt mal eine karte mir machen welcher pin hier was macht hier was ich hier machen kann eventuell dass ich mal gucke ob ich sogar wenn das wirklich nur irgendwie so digitale logik ist über die original dinge das ding einfach befeuern kann und dann kommt im zweifelsfall hier in den kasten noch ein bisschen was rein ich meine wenn wir hier gucken das ding hat ja doch noch so ein bisschen luft dahinter da könnte man bestimmt noch einen esp irgendwie einen kleinen hier oben reinlegen vielleicht sogar ein akku dass man das ding akku betrieben macht und dann hat man relativ flott seine eigenes sein eigenes bedienen panel und hat wie gesagt hier das ding ganz schnell recycelt machen wir das hier mal wieder alles zusammen dass das zumindest mal grob an ort und stelle ist und dann sieht das ganze zumindest mal wieder halbwegs so aus als ob es so gehört naja okay vielleicht nicht so ohne schrauben ist es dann doch ein bisschen wackelig na gut wissen wir dass wir noch mehr platz zur verfügung haben aber ich bin mir relativ sicher dass es damals an der anlage auch längere zeit das getan hat was es soll also ja 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 ja